in ost zum gruß und willkommen zurück zu battlefield 1 jetzt sind wir hier ja im krieg im ballsaal ich habe mir gedacht nach der runde von ebenen kabel wieder vom hals eine länge der zeit hat ja doch ganz gut funktioniert gegen ende mit dem sturm auf e jetzt aber sanitäter ich bin ein bisschen wieder mit der rs das ist ja schon ein ziemlich starkes sanitätergewehr wenn autofeuerrat nicht gerade die beste ist aber zwei schuss richtig gesetzt die gegner sind weg eben gerade ich dann gerettet ich dachte da wird noch einmal sitzen ich dachte da wird noch einmal sitzen Ich dachte er schafft es da oben zu landen. Mal sehen was hier ist der Panzer. Mal sehen was hier nicht nur mit sie abgeht. Dann mach ich dich immer so fertig. Also wenn man mit dem Teil wirklich kontrollierte Schüsse abfeuert, dann kann das schon ganz gut reinhauen. Ja, die Viermalz. Also insgesamt drei Gegner mit einem Magazin kann man da weg flexen. Ich dachte eigentlich, der hätte noch getroffen. Nö, weglaufen ist er nicht. Der Kamerad lässt es mal nicht im Stich. Wir haben Einsatzziel, Emil, verloren. Jetzt muss ich ja, dass er gerade noch vergewiesen ist. Okay, wenn er nicht will. Ich kann ihn ja nicht dazu zwingen sich zu zeigen. Mist. Aber stehen zu bleiben ist ne gute Option. Wollen wir uns mal in Höhle des Löwen wagen. Ich bin der Meinung, ich hab gleich die erste Töter. Ich hab gleich die erste Töter warten. AC ist ja grundsätzlich immer so ein Wespen-Nest. Auch wenn es hier noch ruhig aussieht. Ach ja. Bitteschön. Bitte, bitte, bitte. Ja, danke sehr. Dank you. Wir haben Einsatzziel, Werther, hallo. Wir werden CD-B-Team einnehmen und auch halten. Möchte ich meinen. Danke, auch wenn es knapp gewesen ist. Hier ist die Hilfe. Ja, oh yes. Wechselstunden, wo sie sein sind. Warte, Hüüüü. Okay, wie sieht es hier aus? Linke Seite ist klar. Steckt da eine automatische Sunny-Waffe weg. Ich helfe dir Nein, das war nicht weg Ich bin mal gleich da Oh shit Jawohl Jawohl Was tust du nicht nochmal? Was soll Nein Ich habe auch keine Granate mehr Verdammt Aber Sunny ist bitte Oder seid ihr beide oben? Beide oben ist wahrscheinlich Der eine ist ja eh schon tot Ja Schade Was war ein guter Run bis hierher Können wir das nochmal wiederholen? Das wäre natürlich ganz praktisch Daumen drücken Daumen drücken Okay So das war dafür Ich habe eine Granate Okay Ich kann kein Markieren Also ist das Überraschung Gut Das da auf der anderen Seite auch noch ein paar sind Sie ich nicht gesehen habe Abgestorbt Muss auch mal sein Kein Sichtkontakt jetzt auf der linken Seite Die ist gestorben Vorsicht Nein Nein, 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 nein Kommst du auf die Beine War noch ein Stolper Kommt Ihr seid direkt neben mir Holt mich zurück Bitte Das nehme ich doch mal wirklich Aufmessers Schneide So, aber das Ding ist weg Was die, die das nicht gesehen haben Jawohl Da schon ein sauberer Kamerad Habe ich mich schon von geguckt Auch wieder eingenommen Wollte ich sagen Gut Den hatte ich natürlich gerade überhaupt nicht auf dem Schirm Wir haben Einsatzziel Emil verloren Gut Wenn sie jetzt natürlich versuchen wollen Uns von hinten zu überraschen Ne Leute Das möchte ich ungern So beibehalten Dann machen wir uns noch mal kurz den Weg frei Schluck auf Lanza ist auch schon hier Oh, die Frage ist gut Wieso wird mir das jetzt hier nicht angezeigt, dass hier auch einer ist Aha Einer weg Zwei weg Okidoki Leute Das war ein Pferdchen Wir haben Einsatzziel Emil erobert So, ok, er ist abgestimmt Gut Die Truppen bewegen sich in Richtung D Alles klar Dann ist der Kavallerist Ja auch schon weg Jetzt möchte ich nur meine Position wieder erlangen Dass ich den Blick auf B werfen kann Ja, so wie es ausschaut Sind auch schon unsere Leute in Richtung B unterwegs So, nochmal den Weg ins Ungewisse Wagen Sauber Vorerst Unsere Leute sind auch schon Ich dachte es wird reichen Was ein einziger Sunny da unten bewirken kann Das ist krass Ich hätte besser aufpassen sollen Jetzt versuchen sie natürlich oben Uns den Platz streitig zu machen Wir haben die Oberhand Aber was die können, das können wir natürlich auch Genau, beißt euch mal hin Ja, ok Leider nicht gesehen Der ist da bei B Wir müssen auf unseren Hintern achten Sie dürfen uns das nicht wieder streitig machen D ist nämlich jetzt schon wieder angegriffen Und E auch Taktisch nicht So für unseren Vorteil Und im C bemühen sie sich auch schon Das Ding uns wieder abzunehmen Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren Also was man bei der RSC-17 echt nicht unterschätzen darf Ist der Rückstoß Aber dafür ist der Schaden einfach umso geiler Habt ihr den gesehen? Ich überhaupt nicht Aber gut, Freunde, wenn ihr eh einnehmt Dann brauche ich da ja auch nicht mehr spawnen C ist ganz schön voll Okay, wir versuchen es mal Oh, wei Wo bin ich denn jetzt gelandet? Im wahrsten Sinne Bleibt bloß da Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert Ja, ja, ja Also ich finde, das hier ist keine gute Position Wenn die Leute sowieso schon wissen, dass wir hier oben rum chillen Die Position ist mir deutlich angenehm Aber ich will jetzt noch ein bisschen Deco Wir haben Einsatzziel Emil erobert Schaut, ob er sich gerne noch markiert Gut, macht nichts Wir können ja hier nicht die ganze Zeit Unser Dasein fristen Wir müssen was tun Das können wir nur, wenn wir unterstützen Das ist auch immer so ein Glücksspiel Da durchzulaufen Entweder man guckt mal rechts Und dann sitzen sie links Oder halt genau andersrum Du bist verletzt Ich zieh mir das an Ja Dich hole ich auch Ich zieh mir die Wunde an Wir brauchen jeden fähigen Mann Von A aus, krass Lazy Bird Komm schon, du bist Sunny Du stehst da hinten Musste ich nur mal umdrehen Ja Chance vertan Chance vertan Okay Was können wir ausrichten? Wir wollen Gut, ich wollte eigentlich eine Bombe Aber das hat sich ja jetzt auch erledigt Gut Hier stelle ich mich nicht noch mal hin Gar kein Aim Überhaupt kein Aim Aber das habe ich dann auch verdient Wer so schlecht schießt Der verdient es auch getötet zu werden So fair muss man ja sein Ja Wenn D und E angekratzt sind Scheint da gerade keiner zu sein Schon entgegen Da hat auch einer Seine Bombe geparkt So Sneak Schaffen wir das? Das wäre schon geil Man sollte auch mal Sein Rücken Auf seinen Rücken aufpassen Ja, komm hoch In der Zeit habe ich ja noch zu nachladen Schönen guten Tag Ich habe auf sie schon gewartet Oh, 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 oh Jawoll Schreck mich nicht Oh, shit Wart Okay Das lässt so schön Danke Kurze Verschnaufspause Kopfschuss Jawoll Obwohl ich auch sein Tor so gezielt habe Dreh dich um, Junge Hier bei mir ist nichts Aber bei dir Ich kann euch nur Feuerunterstützung geben Mit so einem langsam schießenden Gewehr bin ich da drin Und so gehen wir uns los Es scheint ja momentan ein bisschen eingedämmt worden zu sein Moinsen Oh, ja Jetzt kommen wir mit dem schweren Gerät Bewegen sich aber in Richtung C Jetzt muss ich mir einfach nicht richtig anfallen Zeit für den taktischen Rückzug Das wird da Ah, shit Leider hat das nicht mehr ausgereicht Aber wir haben eventuell Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Aber wir haben eventuell einen klitzekleinen Beitrag dazu geleistet Dass eh eingenommen werden konnte Wer weiß Oh Erste Hilfe Ich hoffe, das Zeug nützt was Das ist ja grundsätzlich etwas, was ich nicht mag Da habe ich das Ding jetzt erwischt Na ich denke mal dass auch der Zettel gegen den Leuten jetzt nichts mehr lief. Ich denke, die haben sich oben platziert. Schade. Nee. Wenn ich schon sehe, dass da was ist, dann mache ich das grundsätzlich nicht. Wir haben Einsatzziele. So. Wir haben Einsatzziele. Am Tag ist meine Position. Alles klar. Ja, Zettel, ich weiß, dass du da bist. Oh, er ist sauber. Wir haben Einsatzziele. Und Cäsar erobert. Ich möchte hier oben auch gar nicht mehr so weit. Ich gehe ein. Da möchte ich auch nicht hin. Ungünstiger Zeitpunkt gewesen. Hätte ich vielleicht doch mal oben bleiben sollen. Aber klar, das weiß man ja im Vorfeld nicht. Ja, auch wenn D und gut E wird versucht, wieder eingenommen zu werden. Wir verlieren Einsatzziele Cäsar. Ich werfe eine Granate auf. Passt! Wir haben Einsatzziele. Das war's auch mit der Runde. Ich mach jetzt noch eine. Mal gucken, ob ich dann noch danach weitermache oder nicht. Abwarten. Das war's jetzt erstmal mit der Runde. Wir gucken uns jetzt noch die Highlights-Statistiken an. Ich glaube, ich hab sogar noch ein Battle-Pack gekriegt. Oder hatte ich das schon vorher? Weiß ich gar nicht. Nicht drauf geachtet. Rick hat die meisten verteidigten Flaggen. Wollen wir ihn doch mal lassen. Ja, doch. War eine feldnismäßig gute Runde. Guck da, alles klar. Dann mach ich hier einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei Battlefield 1.